Musik Reiseveranstalter Reiselotsen mit Reisebüro in Hamburg-Nord spezialisiert auf Fernreisen. Kenia-Safari mit Baden, Kurzrundreisen in Mexiko, Kuba mit Kombi am Meer im Schinken-All-Inclusive-Strandhotel. Alles bewährte Rundreisen mit Partnern wie Meyers Weltreisen, Dertour und Studios aus Reisen. Für einen Natururlaub am Fluss wird exklusiv die Villa Palena auf Sri Lanka angeboten, gleich mit Flug und Rundreise im Kombipaket. Spezialisiert sind wir auch gerade auf Fernreisen nach Thailand, Vietnam und Bali. Als Hamburger Reiseveranstalter werden auch Kreuzfahrten und Seereisen von führenden Reedereien wie AIDA, Habak Lloyd und Kunat Line angeboten. Wobei auch hier das Wissen und die Erfahrung zum Landgang sehr hilfreich ist. Auf der Firmen-Homepage werden zahlreiche Informationen über Urlaubsländer sowie günstige Flug- und Rundreisen für Spontanreisende geboten. Auch werden Last-Minute- und All-Inclusive-Reisen nach Bali, Thailand, Sri Lanka zu reduzierten Preisen vorgestellt. Alle Mitarbeiter sind selbst häufig in den Urlaubsländern zum Urlaubscheck, sodass Empfehlungen auch zum Umfeld und Lage der Resorts zur kompetenten Beratung gehören. Asien-Kombireisen mit Rundreise und Baden inklusive Flug nach Vietnam, Thailand, Malaysia und Sri Lanka können Sie mit großer Auswahl preiswert buchen. Reiseausarbeitungen für kleine Gruppen von vier bis acht Personen sind fundiert und kostenlos. Preiswerte Pauschalreisen als Urlaub am Meer oder mit Rundreisen und guter fundierter Fachberatung von Sri Lanka-Spezialisten. Unsere Mitarbeiter beraten und helfen Ihnen gerne mit Fachfissen bei der Reiseplanung zur Karibikreise ab Hamburg. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin in angenehmer Atmosphäre in unserem Hamburger Reisebüro im Valvo Park in Hamburg-Nord. Ohne störende Laufkundschaft. Wir sind für Sie da. Persönliche Beratungen können auch per Telefon erfolgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns gut. Wir sehen uns gut. Wir sehen unsikum. Vielen Dank.